Die Sieger von Love Island stehen fest. Melina und Tim haben die diesjährige Staffel gewonnen. Die beiden scheinen in ihrer Zeit bei Love Island echte Gefühle füreinander entwickelt zu haben. Davon konnten sie auch die Zuschauer überzeugen. Vor allem Tim hat sich zum echten Publikumsliebling entwickelt. Doch wie geht es für das Paar nach der Show weiter? Werden die beiden auch abseits vom TV eine Beziehung führen? Auf Instagram postet Melina nun einen privaten Schnappschuss in ihre Story, der erahnen lässt, dass es die beiden ernst miteinander meinen. Auch Tim teilt ein Bild in seine Story, welches nach den Dreharbeiten entstand. Auf dem Foto befinden sich die beiden eng umschlungen am Flughafen. Dazu schreibt er, ab nach Hause. Wie süß. Scheint also, als hätten die beiden wirklich Gefühle füreinander entwickelt. Was glaubt ihr? Wird die Beziehung im Alltag standhalten? Was glaubt ihr? Wird die Beziehung im Alltag standhalten? Was glaubt ihr? Wird die Beziehung im Alltag standhalten? Was glaubt ihr? Wird die Beziehung im Alltag standhalten? Was glaubt ihr? Wird die Beziehung im Alltaghalten? Was glaubt ihr? Wird die Beziehung im Alltaghalten? Was glaubt ihr? Wird die Beziehung im Alltaghalten?